Und es geht hier weiter, nachdem Frebs mal wieder abgeschützt ist. Und wir müssen den Typ noch erledigen. Ja, denkt immer dran, wenn ihr mit Frebs aufnehmt, macht Pausen mit der Aufnahme. Pausiert sie kurz und setzt dann eine neue fort. Das spart euch eine Menge Ärger. Ich lauf direkt, nein, ich lauf direkt, nein, ich, oh ja, ich bin gleich tot. Okay, wie, wann habe ich mich nochmal beschwert, dass es nicht so einfach wäre? Oder woher es war, ich habe es nie gemacht. Oh ja, gib mir das. Supercharge. Äh, was gibt mir das? Das wird auch 100, 100 Helft plus. Genau, was ich eben brauche. Noch mehr Gegner, da sind bestimmt Gegner drauf, oder? Oh nein! Nein, nicht diese Viecher! Gar, die sie nicht kennen. Diese Typen haben irgendwelche Beschwörungen drauf, mit Feuer. Und sind richtig unangenehm, wenn man sie nicht schnell genug tötet. Und zwar richtig unangenehm. Denn die machen extrem viel Schaden. Und man sollte sie möglichst schnell töten, am besten mit Raketenwaffe oder sowas. Und wenn man das nicht schafft, naja. Wenn man tot ist, ist das auch nicht mehr so wichtig. Na, komm her. Und was? Aber, da drin ist noch einer. Will ich da raus? So, komm wieder nicht raus. Okay. Lieber drei zu viel, als ihnen zu... Was? Ah, super. Mein Funktion ist leer. Was? Zielgelenk der Raketen? Oh, das ist jetzt unfair. Das ist jetzt echt unfair. Mist, Kerle. Wieso komme ich da nicht mal raus? Ich muss den Schall davor wieder umlegen. Oh. Oh. Ich hätte es fast wissen müssen. Keine Munition mehr. Die in Rot wurden, glaube ich, noch schlimmer, oder? Ja. Wahrscheinlich, sonst wären sie nicht rot. Und ein Totenkopf. Ach ja, richtig. Die Braunen haben Totenköpfe geschworen. Und die Roten haben Feuer gespuckt. Irgendwie so war das. Ich erinnere mich. Geht weg! Das soll es verschwinden. Und das Licht ist aus. Toll. Aber ich habe schon erwähnt, dass die Helligkeit insgesamt ein bisschen erhöhter ist. Wenn man das ein bisschen besser sieht. Ich ahne, es fürchterlich ist. Safe. Safe game. Und da ist nichts. Noch nichts. Aber es kommt jemand. Bin ich fest von überzeugt? Es war so klar. Boah. Ach ja, die waren schneller. Und stärker. Und gefährlicher. Und unschöner. Und ich bin top. Ja. Ich hasse es. Okay. Plasmagarten. Hilft doch alles nichts. Und gleich vor den Allheiz. Wie lange ich schieße, schießt ihr mich nicht. Wie lange ich ihn treffe. Ich weiß, was in einem Raum so voll mit Munition. Oh, guter Anfang. Nicht perfekt, aber gar nicht mal so schlecht. Oh nein. Nein. Jetzt holt er mich aber echt Ärger. Wenn du hier damit die Munition hast, geht doch echt ein Problem. Ah, da kann man. Sie hat mich gar nicht gefallen, weil sie da schon das so hört. Was immer es war, ist es weg. Und ich verschwende mal wieder völlig Sinn aus meiner Munition. Und duschen? Nein, duschen muss ich nicht. Ist ja schlimm, stink ich noch nicht. Ich höre. Ich hoffe, dass wir das langsam mal aufhören, der Mistviecher. Langsam unangenehm. Für mich. Ach, komm. Ja, scheiß Basis. Hier gibt es nichts, was ich brauche. Oh. Ja, komm. Ihr seid so, ihr Arschlöcher. Es lief so schön. Und jetzt, was macht ihr jetzt? Das bringt ja lauter so ein Mistviecher. Was habe ich denn gemacht, dass ich das verdient habe? Ist das drin? Stirb. Ja, Rüstung. Schon mal ein guter Anfang. Ein guter Anfang. Was ist da noch? Schuflinde. Schuflinde. Was ist da drin? Noch mal eine Schuflinde. Super Shotgun. So, gehen wir erst mal da rein. Nein, erst speichern. Erst speichern. Vorsicht, die müssen wir sein. Ja. Für immer, die für... Aha. Wer die wissen wollte, warum Gloom indiziert war. Jetzt wissen wir es. Ist dann auf das Streit für mich nach. Ich verschiebe. Zieh dieses Buch raus und... Das Regal wird sich für dich öffnen. Und das Buch sagt, der Quämmarsch. Nein, scheinbar nicht. Und, ne Leiter. Ziemlich großer Stuhl. Oh, medkit. So, ich hoffe, er nimmt jetzt wieder auf. Oh, die Musik ist weg. Okay. Oh, sie flinkt wieder. Okay. Okay. Oh, Mann. Flaps. Mal, Moment. Ah. Noch gar nicht so blöd, wie ich auswähle. Backpack und Ammo. Ist es das, was ich denke? Ist es das? Ist es das? Yeah, BFG. Oh, yeah. Die vernichtendste Waffe im Spiel. Die BFG. Oder wie sie korrekt heißt. Big fucking gun. Oder halt ausgesprochen. Nicht korrekt. Die vernichtendste Waffe im Spiel. Und... Ich muss sie euch einfach zeigen. Ich muss. Ich muss. Bin ich eh gut. Ja, nee. Nicht bei denen. Die sind zu schwach. Weil ich mal wieder einen gescheiten Gegner finde. Werde ich sie euch zeigen. Da draußen riecht es schon so nach. Ja, komm jetzt halt von außen. Das Spiel mal wieder leckt mich. Ich will auch die normale Schuhe finde gar nicht benutzen. Egal. Ich benutze trotzdem. Mitkillt. Und da komme ich auch nicht raus. Ganz toll. So, also von da bin ich kommen. Ist da hinten jetzt nicht weiter. Okay. Fangen wir hinten an und gehen dann vor. Soll es der Tod sein? Ammo. Für die Maschinenpistole. Oder die Pistole. Die kein Schwein mehr benutzt am Ende des Spiels. Shotgun. Das ist was man braucht. War da was? Da war was. Oh, da ist noch was. Yeah, genau was man braucht. Mitkillt. Scheiß Automatik-Düren. Du gehst wieder auf. War ich da schon drin? Nein, ich will nicht sterben. Speichern. Speichern. Ganz oft speichern. Was? A Yellow Key? Das sieht ja doch dann aus. Wie komme ich dann aus? Wegen der Schalle. Schon für die Munition. Man, ich brauche Hilfe. Ich brauche so dringend Hilfe. Da komme ich nicht raus. Hey. Soll ich wieder irgendwas irgendwo übersehen? Soll da irgendwo ein anderem gehen? Nein. Die zwei. Das heißt also irgendwo. Scheiß das nachher. Nur wo. Nur wo. Ich hab's immer gehasst. Ich würd's auch immer hassen. Kisten. Und ein Schacht.